Der seit mehr als drei Wochen geltende Corona-Lockdown in Israel wird zunächst bis Freitag verlängert. Das hat die Regierung in der Nacht auf Montag nach stundenlangen Debatten beschlossen. Die Maßnahme soll bis Freitag um 7 Uhr Ortszeit gelten. Am Mittwoch will die Regierung darüber beraten, ob eine weitere Verlängerung notwendig ist. Die Menschen dürfen sich laut Corona-Vorschriften nur in Ausnahmefällen mehr als 1000 Meter von ihren Wohnorten entfernen. Der internationale Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv solle bis Sonntag um Mitternacht für den Flugverkehr geschlossen bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Büros vom Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Es gibt nur wenige humanitäre Ausnahmefälle. Rückkehrer aus allen Ländern müssen sich von Dienstag an wieder zur Quarantäne in sogenannte Corona-Hotels begeben. Besonders in ultra-orthodoxen Wohngegenden ist es sofort zu zahlreichen Verstößen gekommen. Dies löst bei anderen Bevölkerungsgruppen Zorn aus. Am Sonntag haben tausende streng religiöse Männer an zwei Begegnissen teilgenommen und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben mehr als drei Millionen Menschen im Land die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,8 Millionen Israelis sind bereits zweimal geimpft worden. Gleichzeitig bleiben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland sehr hoch.